Das ist so dreist, ne? Also, dass der einfach wirklich mit dieser Sackkarre, mit dem Teppich drauf, wo die Leiche drin ist, durch die Fußgängerzone läuft. Ich meine, da sind ja so viele Menschen. Ohne Bewährung. True Crime von hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen. Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Gegend und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn. Hi Nora. Hi Alicia. Hi. Ja, diesen Fall, über den wir heute sprechen wollen, den hat wahrscheinlich jeder in Münster in Erinnerung, der so vor rund 15 Jahren Zeitung gelesen hat oder Nachrichten gehört hat. Es geht um einen 61 Jahre alten Mann, der damals an einem Samstagnachmittag eine Sackkarre durch die ziemlich volle Fußgängerzone von Münster geschoben hat. Und auf der Sackkarre war ein Teppich befestigt. Und die Leute, die haben zwar so ein bisschen komisch geguckt, aber keiner hat was gesagt. Was damals natürlich aber auch noch niemand wusste. In dem Teppich war die Leiche seiner Ehefrau eingewickelt. Und diese Frau, das war Lou. Lou war 34 Jahre jünger als ihr Mann. Sie kam aus Brasilien und sie hatte eigentlich nur einen Wunsch. Sie wollte in Deutschland unbedingt ein neues Leben beginnen und einfach glücklich werden. Und am Anfang sah es auch so aus, als ob das klappen würde. Doch dann kam die Nacht auf den 27. Oktober 2007. In dieser Nacht ist Lou grausam umgebracht worden von ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung mitten in der Innenstadt von Münster. Ja, das ist wirklich ein ganz trauriger Fall. Lou ist nämlich nur 26 Jahre alt geworden. Das haben auch die Richter am Landgericht Münster so gesehen, die ihren Ehemann später zu zehn Jahren Haft verurteilt haben wegen Totschlags. Richter Michael Skavran, der hat damals von einem ganz tragischen Fall gesprochen, weil sich das Drama nämlich schon länger angekündigt hatte. Luz Ehemann, der war damals 61 Jahre alt und wir nennen den hier in unserem Podcast heute Wolfgang. Und dieser Wolfgang, der hatte schon zweimal die Scheidung eingereicht, sie dann aber immer wieder zurückgezogen. Michael Skavran, also der Richter, der hat damals sowas gesagt wie, klar, nachher ist man natürlich immer schlauer, aber es wäre wohl doch besser gewesen, wenn sie die Scheidung durchgezogen hätten. Ja, aber Wolfgang hat seine Frau wohl bis zuletzt geliebt oder geliebt, jetzt erstmal in Anführungszeichen. Und er hat sich immer noch Hoffnungen gemacht, dass halt alles wieder gut wird, obwohl er schon wusste, dass sie eine Affäre hatte. Aber auch sie hat keinen, ja, endgültigen Schlussstrich gezogen. Sie ist immer wieder zu Wolfgang zurückgegangen, in der Tatnacht auch. Sie hatte sich mit ihrem Liebhaber getroffen, hat sich dann aber mitten in der Nacht von einem Taxifahrer in die gemeinsame Wohnung zurückbringen lassen. So als wenn, ja, nichts gewesen wäre, als wenn sie einfach nur irgendwie einen netten Abend mit Freundinnen gehabt hätte. Ja, und warum hat Lou Wolfgang nicht einfach verlassen, wenn sie ja schon eh irgendwie eine neue Liebschaft hat oder so? Es stand ja eine Scheidung im Raum. Wieso haben die sich nicht einfach getrennt? Gute Frage. Können wir natürlich nur vermuten. Ich denke mal, dass Wolfgang ihr natürlich auch Sicherheit gegeben hat. Er hatte viel Geld. Das wollte sie nicht aufs Spiel setzen. Er war natürlich für sie auch wichtig, dass sie in Deutschland bleiben konnte. Ob sie ihn überhaupt jemals geliebt hat, das können wir eigentlich gar nicht sagen. Der Altersunterschied, der war natürlich schon echt groß mit 34 Jahren, als die beiden sich kennengelernt haben. Da war sie gerade mal 21, er schon über 50. Ich denke mal, es ist am Ende einfach die finanzielle Sicherheit, die dann ausschlaggebend war für sie. Mit der Beziehung angefangen hatte alles in Brasilien. Da ist Wolfgang nämlich hingeflogen mit einem Freund zusammen für drei Monate. Das Ganze war im Oktober 2002. Der Freund, der hat ihn gefragt, hey, willst du mitkommen? Und Wolfgang hat sich wahrscheinlich gedacht, warum nicht? Er hatte keine Freundin, keine Partnerin und beruflich war er wirklich ziemlich weit oben angekommen. Das konnte er sich also auch leisten. Wolfgang hatte nämlich eine Versicherungsagentur mit vier Angestellten. Er hatte eine schicke Wohnung mit Büro in der Innenstadt von Münster. Wir wissen alle, wie teuer das heute wäre. Und er hatte auch eine 30 Tonnen Motorjacht, was schon echt groß ist. Also eine 30 Tonnen Motorjacht, das sind so ungefähr 20 Meter lang. Und er hatte auch noch eine Beteiligung einer Segeljacht. Also ganz schön, ja, schon ein gut situierter Typ. Ja, klar, aber er hat sich das auch erarbeitet. Es war ja nicht immer so, dass er so viel Geld hatte. Sein Leben, das hat er eigentlich relativ normal angefangen. Er war auf der Volksschule, das waren damals acht Jahre. Dann hat er eine Lehre gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Da war er gerade mal 14, als er damit angefangen hat. Aber das war ja damals nichts Besonderes. Es war ja eigentlich bei allen so, alle, die zur Volksschule gegangen sind, die sind mit 14, spätestens 15, die Lehre gegangen. Diese Lehre, die hat Wolfgang bei seinem Vater gemacht. Der war auch Einzelhändler und der hatte zwei Lebensmittelläden. Zumindest hat er da angefangen bei seinem Vater. Aber im zweiten Lehrjahr ist er dann in einen anderen Betrieb gewechselt. Was ja vielleicht auch ganz gut ist, also auch mal was anderes kennenzulernen und jetzt nicht nur den Betrieb vom Papa. Wolfgang, der hat dann auch ziemlich schnell Karriere gemacht. Ja, hat er. Erst im Einzelhandel, da war er später für den Einkauf zuständig und auch für die Ausbildung der Lehrlinge. Dann ist er in den Großhandel gewechselt und dann allerdings auch schon ziemlich schnell in die Versicherungsbranche. Da war er erst angestellt. Da hat er sich auch fortgebildet. Er hat seinen Abschluss gemacht als Versicherungsfachwirt, so heißt das dann. Und danach hat er dann erstmal freiberuflich gearbeitet, auch für andere Versicherungsgesellschaften. Ja, und so ist er dann selbstständiger Versicherungsmakler geworden. Und diesen Beruf, den hat er dann auch 24 Jahre lang ausgeübt, also bis zu seiner Festnahme. Das war Ende 2007. Ja, und obwohl es beruflich so gut lief, war privat jetzt nicht alles immer so super bei Wolfgang. Also es sah zwar schon so ein paar Mal so aus, so ach, jetzt hat er sein Glück gefunden. Aber man muss dazu sagen, die Ehe mit Lou, von der wir ja gerade schon erzählt haben, das war tatsächlich schon seine dritte Ehe. Ja, seine erste Frau, die hat er Anfang der 1970er Jahre kennengelernt. Er war 26 Jahre alt, sie war ein Jahr jünger und sie war technische Zeichnerin. Die beiden haben damals ziemlich schnell geheiratet, anderthalb Jahre, nachdem sie sich kennengelernt hatten. Wolfgang, der hat dazu aber später mal gesagt, dass es eigentlich nur eine Zweck-Ehe war. Er war damals nämlich schon auf dem Sprung in die Versicherungsbranche, aber er hat nebenbei noch weiter im Großhandel gearbeitet, in seinem ursprünglichen Beruf. Und da ist er oft zu Schulungen ins Ausland geflogen. Und bei diesen Schulungen, da war es so, dass die Teilnehmer ihre Frauen zwar mitnehmen durften, aber eben nur, wenn man verheiratet war. Und deswegen haben die beiden damals tatsächlich dann geheiratet. Romantisch. Naja, das ist auf Dauer auf jeden Fall nicht gut gegangen. Die beiden haben sich ziemlich schnell wieder getrennt, nach zwei, zweieinhalb Jahren. Und für Wolfgang war das wohl kein so großes Problem. Er hat kurz danach eine neue Frau kennengelernt. Die war drei Jahre jünger als er. Die beiden haben dann auch geheiratet. Und mit seiner zweiten Ehefrau war Wolfgang deutlich länger zusammen als mit seiner ersten Frau. Das waren so rund zehn Jahre. Und mit dieser Frau, da hat er dann auch einen Sohn bekommen. Ja, und es hätte vielleicht auch alles ganz gut weiterlaufen können. Aber dann ist etwas passiert, was Wolfgang wohl so überhaupt nicht gefallen hat. Seine Frau, die hat ihr Leben nämlich komplett umgestellt. Und zwar komplett auf Öko. Sie hat nur noch Bio-Lebensmittel gekauft, was ja heute überhaupt nichts Besonderes mehr ist. Aber damals in den 1980er, 1990er Jahren, da war es eben schon irgendwie, ja, eine Nische nicht so weit verbreitet. Und was ihm wohl auch überhaupt nicht gefallen hat, sie hat keinen Schmuck mehr getragen. Sie hat keine Schminke mehr benutzt. Und das Ganze, also alles zusammen, vielleicht auch noch andere Sachen, die dazugekommen sind, hat dann dazu geführt, dass die beiden sich völlig auseinandergelebt haben. Ja, ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe mich von meiner Frau getrennt, weil sie Öko-Müsli gekauft hat und keine Schminke mehr getragen hat. Ja, deshalb habe ich ja gesagt. Ich vermute, dass es auch noch andere Gründe waren. Aber so wurde es dann, was im Prozess zumindest erzählt. Aber, obwohl es ein bisschen eine eigenartige Trennung ist, es war zumindest keine Trennung im Bösen. Wolfgang hat seiner Frau sogar noch geholfen, eine neue Wohnung einzurichten. Vielleicht hat er auch gehofft, dass sie nochmal zurückkommt. Wir wissen es nicht. Sein Sohn ist damals auch ausgezogen, um bei der Mutter zu bleiben. Und Wolfgang und seine Ex-Frau, die hatten dann aber noch wirklich eine Zeit lang Kontakt. Aber irgendwann war die Trennung dann aber auch endgültig und der Kontakt ist so ein bisschen eingeschlafen. Und fast zeitgleich hat er auch schon wieder eine neue Freundin gehabt. Und die war nicht ein Jahr jünger wie seine erste Ehefrau und nicht drei Jahre jünger wie seine zweite Ehefrau. Die neue Freundin, die war 14 Jahre jünger und sie kam aus Brasilien. Ja und sie war eigentlich Tierärztin. Der Abschluss, der ist ja aber in Deutschland nicht anerkannt worden. Deshalb hat sie damals in einem Restaurant gejobbt, wo die beiden sich wahrscheinlich auch kennengelernt haben. Die neue Freundin, die war aber verheiratet. Aber sie hat nicht mit ihrem Mann zusammengelebt. Ob sie sich schon von ihm getrennt hatte oder ob das Ganze vielleicht eine Scheinehe war, keine Ahnung. Das wissen wir alles nicht. Sie ist auf jeden Fall relativ schnell bei Wolfgang eingezogen. Und zwar sind da gerade mal so vier Wochen vergangen und da hat sich schon bei ihm gewohnt. Das war jetzt natürlich eine ganz andere Kultur, auf die Wolfgang da getroffen ist. Und er fand das total spannend. Er hat sich auch Mühe gegeben, zum Beispiel Portugiesisch zu lernen. Damit hat er sofort angefangen. Aber es ist auch nicht so richtig lange gut gegangen mit ihr. Nach circa zweieinhalb Jahren ist seine Freundin dann auch wieder bei ihm ausgezogen. Ja, aber die Beziehung, und deswegen erzählen wir das hier auch, die hat auf jeden Fall dazu geführt, dass er sich jetzt noch mehr für Brasilien interessiert hat. Nicht nur für die Frauen, wie man jetzt vielleicht so meinen könnte, sondern auch wirklich für das Land. Und das war dann auch der Zeitpunkt, als ihn ein Freund gefragt hat, hey, möchtest du mitkommen drei Monate nach Brasilien? Da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Genau. Und über diesen Freund hat er dann damals auch Lou kennengelernt. Der Freund, der war wohl schon häufiger da in Brasilien und der kannte Lou wohl auch schon, vielleicht auch ihre Familie. Aber es war jetzt nicht so, dass Wolfgang und Lou sofort zusammengekommen sind. Wolfgang hat die drei Monate damals genutzt, um ja erstmal weiter Portugiesisch zu lernen, aber auch um sich das Land anzugucken. Er hat einige Reisen unternommen. Manchmal war er alleine unterwegs, manchmal aber auch mit seinem Freund und auch mit Lou. Wolfgang wollte am Anfang eigentlich gar keine Beziehung zu Lou anfangen. Er fand sie zwar total nett, aber er hatte wohl doch ein bisschen Bedenken, was den Altersunterschied angeht. Wir haben ja schon gesagt, 34 Jahre lagen die beiden auseinander und das ist nur wirklich echt ein dicker Altersunterschied. Aber wie es dann halt so manchmal so ist, die beiden sind dann doch zusammengekommen. Ja und kurz vor Wolfgangs Rückreise, da haben die beiden dann auch gesagt, ja komm, Lou kommt mit nach Deutschland. Lou wollte sowieso schon immer nach Europa beziehungsweise nach Deutschland und er war wahrscheinlich total glücklich, dass ihn so eine junge Frau auch attraktiv fand oder zumindest vorgegeben hat, ihn attraktiv zu finden. Ja, wissen wir natürlich nicht, aber es war in ihrem Kopf auf jeden Fall auch schon sowas wie Hochzeit, Heirat da. Sie hat zu ihrer Mama damals gesagt, ich fahre jetzt mit nach Deutschland, ich fliege mit Wolfgang nach Deutschland. Es kann sein, dass ich ihn auch heiraten werde. Ja und so ähnlich ist es dann auch passiert. Die beiden sind im Januar 2003 zurück nach Deutschland. Sie ist bei ihm eingezogen und rund fünf Monate später war dann auch schon die Hochzeit. Aber Wolfgang war vorsichtig. Er hat nämlich einen Ehevertrag aufsetzen lassen, wo drin stand, dass es eine strikte Gütertrennung gibt. Das heißt also, dass Lou von seinem Vermögen nicht profitiert hat. Und es ist auch noch geregelt worden, dass er ihr im Fall einer Scheidung keinen Unterhalt zahlen muss. Was sie auch akzeptiert hat, beziehungsweise wahrscheinlich musste sie das auch akzeptieren. Wir wissen nicht, ob sie da jetzt so tierisch viel mit Sprache recht hatte. Ja, aber Lou war wohl trotzdem ganz happy und am Anfang lief es wohl auch richtig gut. Sie hat sofort Deutschkurse gemacht, um halt die Sprache zu lernen. Und die beiden haben sich den Haushalt geteilt. Sie hat auch ziemlich schnell dann Anschluss gefunden, also Freundinnen gefunden. Und die waren auch alle meistens Frauen aus Brasilien. Ja und mit denen war sie dann immer häufiger unterwegs. Nicht nur in der Stadt, manchmal auch in der Disco, manchmal die ganze Nacht. Das hat Wolfgang am Anfang auch überhaupt nicht gestört. Er war eigentlich sogar froh, dass er nicht immer mitgehen musste, dass Lou selbstständiger geworden ist. Aber wie das manchmal so ist, irgendwann hat ihm das dann doch nicht mehr so richtig gefallen. Vor allem, weil er meinte, dass Lou sich zu sexy anzieht, wenn sie mit ihren Freundinnen ausgeht. Da ist dann bei ihm wahrscheinlich das erste Mal sowas wie Eifersucht entstanden. Und dann kam noch was dazu, was Wolfgang gar nicht gefallen hat. Und zwar sind die Ansprüche von Lou deutlich höher geworden. Sie war nämlich nicht nur viel unterwegs und hat da dann beim Tanzen und so weiter viel Geld ausgegeben, sondern sie mochte auch Mode sehr gerne. Man muss dazu sagen, Lou hat schon ihr eigenes Geld verdient. Also sie war in der Versicherungsagentur von Wolfgang angestellt, damals auf 400 Euro Basis. Und sie hat sich auch noch was als Putzkraft dazu verdient. Aber sie hat halt ihr ganzes Geld für Klamotten ausgegeben. Ja und dieses Geld hat sie nicht nur für Klamotten ausgegeben, die sie bei C&A gekauft hat, so wurde das damals vor Gericht erzählt, sondern auf einmal waren halt Bossklamotten oder von ähnlichen Marken, also Markenklamotten einfach interessant. Und das hat Wolfgang einfach nicht gepasst. Und trotzdem hat Wolfgang dann was gemacht, was so ein bisschen in die gleiche Richtung ging. Er hat nämlich angefangen, Fotos von Lou zu machen. Und zwar Fotos, auf denen sie nur leicht bekleidet war. So Bilder hat er dann auf einer Internetseite hochgeladen, so eine Seite für Fotomodels, weil er sich gedacht hat, vielleicht kriegt sie ja so den einen oder anderen Werbeauftrag und dann lässt sich noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Was schon irgendwie komisch ist, wenn der Partner, in dem Fall der Ehemann, solche Fotos hochlädt. Vor allem, wenn ihm vorher das nicht passt, wenn sie sich da irgendwie angeblich zu freizügig anzieht, wenn sie mit ihren Freundinnen unterwegs ist. Also das Internet war ja damals, der Fall ist ja relativ alt, war ja auch noch ein bisschen ein anderer Ort, aber trotzdem, da konnte ja jeder darauf zugreifen. Ja, aber es hat ja dann trotzdem geklappt. Vielleicht nicht so ganz in seinem Sinne, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Der erste Kunde, der sich damals gemeldet hat und der Lou dann auch gleich gebucht hat, der hat sie nicht für einen Werbeclip gebucht, so wie Wolfgang sich das vielleicht vorgestellt hat, sondern für tatsächlich erotische Fotos. Aber auch da hat er erstmal nichts gesagt, hat das weiterlaufen lassen. Er fand das sogar, ja, vielleicht sogar interessant. Er hat sich damals nämlich dann erstmal eine bessere Kamera gekauft, eine gute Digitalkamera, um einfach, ja, noch bessere Fotos zu machen. Und er hat sogar einen kleinen Raum angemietet, den er dann als Fotostudio benutzt hat. Ja, und Lou hat dann tatsächlich auch immer häufiger Aufträge gekriegt, was dann dazu geführt hat, dass Wolfgang sogar eine kleine Modelagentur aufgemacht hat. Er selbst hat Lou dann zwar nicht mehr so oft fotografiert, weil sie wohl auch keine Zeit mehr dazu hatte oder keine Lust, aber er hat trotzdem weiter Fotos gemacht von, ja, Landschaften, von Tieren, die vor allem für Postkarten gedacht waren. Das war wohl so ein bisschen, ja, so sein Hobby, also das Fotografieren hat er dann für sich entdeckt. Die beiden, die waren jetzt so ungefähr ein halbes Jahr verheiratet. Wir sind jetzt also in der Zeit um 2003, Ende 2003. Und da ist das Ganze dann gekippt. Die Beziehung, die war auf einmal nicht mehr so harmonisch wie am Anfang. Es gab immer häufiger Streit und auch die ersten körperlichen Übergriffe. Wir wissen zwar nicht, wer wen geschlagen oder geschubst hat, aber dazu soll es gekommen sein. Und das zeigt natürlich, es ist schon schwieriger geworden zwischen den beiden. Ja, vor allem, weil noch etwas hinzukam, was Wolfgang auch wohl echt genervt hat. Er war nämlich der Meinung, dass Lou viel zu viel telefoniert und zwar nicht einfach nur telefoniert, sondern nach Brasilien telefoniert, was damals echt noch teuer war. Das ging dann sogar so weit, dass er den Telefonanschluss in seiner Wohnung gesperrt hat, was sie aber auch, ja, erstmal einfach hingenommen hat, auch nicht so richtig gestört hat. Sie hat nämlich einfach einen kleinen Trick angewandt. Sie ist nämlich dann einfach in sein Büro gegangen und hat von da aus dann nach Hause telefoniert. Ja, eigentlich ja smart, aber als Wolfgang das halt rausgekriegt hat, da ist es dann richtig eskaliert. Lou soll Wolfgang im Streit geschlagen haben. Er hat sie dann auf den Boden geworfen und da eine ganze Zeit lang festgehalten. Und das war wohl alles so dramatisch, dass er einen seiner Angestalten damals sogar gebeten hat, die Polizei zu rufen, die dann auch gekommen ist. Er hat dann aber sofort beschwichtigt. Er hat den Beamten gesagt, alles wieder in Ordnung. Das war ein Streit, ein Ehestreit, ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Aber es ist eigentlich nichts passiert. Ich werde mich sowieso von meiner Frau trennen und sie dann auch zurück nach Brasilien schicken. Lou ist dann auch tatsächlich für ein paar Tage ausgezogen und Wolfgang hat auch wirklich einen Scheidungsantrag gestellt. Aber die beiden haben sich dann doch wieder versöhnt, so dass das Scheidungsverfahren dann doch erstmal wieder geruht hat. Das ging aber auch wieder nur ein paar Monate gut. Dann ist es zu neuen Auseinandersetzungen gekommen und Wolfgang hat das Scheidungsverfahren dann wieder weiter vorangetrieben. Also ein ziemliches Hin und Her. Ja und es sah auch so aus, als ob es das jetzt wirklich war. Lou ist Anfang 2005 nach Hause geflogen, zu ihrer Familie nach Brasilien. Und Wolfgang hat sofort wieder Kontakt zu seiner Ex-Freundin aufgenommen, die ja auch aus Brasilien kam. Die ist dann auch tatsächlich wieder bei ihm eingezogen. Und das fand er wohl dann auch ganz gut. Und nach seiner Festnahme hat er dazu mal sinngemäß sowas gesagt wie, das war super, sie hat die Wohnung sauber gemacht und sie hat sich angestrengt, mir nicht auf die Nerven zu gehen. Was ja immer sehr egoistisch sich anhört. Einfach sehr unsympathisch. Der Typ ist der Hammer, echt. Aber Lou hat sich dann wieder gemeldet, womit er vielleicht gar nicht gerechnet hatte. Sie hat sich gemeldet aus Brasilien. Sie hat Wolfgang angerufen, hat gefragt, wie es ihm geht. Und sie hat ihm auch gesagt, dass sie gerne wieder zurückkommen würde. Und ja, man kann es sich schon fast vorstellen, er ist sofort wieder schwach geworden. Seine frühere Freundin ist wieder bei ihm ausgezogen. Lou ist zurückgekommen. Und er hat dann auch den Scheidungsantrag zurückgenommen, obwohl das echt kurz vor knapp war. Der Termin am Familiengericht Münster, der stand kurz bevor. Das wären nur noch zehn Tage gewesen. Und dann wären die beiden wahrscheinlich tatsächlich geschieden gewesen. So kam es dann aber nicht. Und Lou ist wieder zurückgekommen und hat in Münster dann auch hier wieder gearbeitet. Aber jetzt nicht mehr als Fotomodel, sondern in verschiedenen Restaurants und Bars. Und dann auch in einem Hotel, erst als Reinigungskraft. Und später hat sie da dann sogar einen Job am Empfang gekriegt. Ja, aber der Streit, der ging natürlich trotzdem weiter. Wolfgang hat ihr weiter vorgeworfen, dass sie zu viel telefoniert, dass sie zu viel Geld ausgibt und sie hat ihm vorgeworfen, dass er halt zu geizig ist. Und es ging dann so weit, dass Lou irgendwann genug von diesen ganzen Vorwürfen hatte und einen eigenen Handyvertrag abgeschlossen hat, damit sie halt in Ruhe telefonieren kann, ohne dass Wolfgang das weiß und dass er dann halt immer wieder rummeckert. Ja, aber das war natürlich so ein Punkt, als er das rausgekriegt hat, da war er echt sauer. Weil ihm dieser Vertrag einfach viel zu teuer war. Und ja, was ihm auch nicht gepasst hat, dass Lou viel gefeiert hat, viel rausgegangen ist mit ihren Freundinnen. Er hat dann sogar begonnen, ihr Zeiten zu setzen, Zeiten, wann sie wieder zu Hause sein muss, soll. Sie hat sich aber ja nicht immer dran gehalten. Und als sie einmal wieder nicht zu der von ihm gesetzten Zeit, vereinbarten Zeit kann man ja gar nicht sagen, nicht zu Hause war, da hat er sogar das Schloss ausgewechselt, das Schloss von der gemeinsamen Wohnung, sodass sie nachts einfach nicht reinkam und bei einer Freundin übernachten musste. Im Sommer 2007 war es dann wahrscheinlich wieder so weit, da war wieder der Punkt erreicht, da hat er gesagt, jetzt ist Schluss. Er hat zum zweiten Mal einen Scheidungsantrag gestellt. Das war so ungefähr zwei Jahre, nachdem sie aus Brasilien zurück zu ihm gekommen ist. Das ist echt so übel, ne? Also nichts gegen Altersunterschiede, wenn das alles passt und beide glücklich sind, super. Aber er verhält sich ja auch wirklich wie der Vater. So dieses, du gehst hier nicht, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, telefonierst du nicht mit deinen Freundinnen in Brasilien oder mit deiner Mama oder wem was weiß ich. Und du bist um Punkt zwei Uhr zurück, wenn die Glocken läuten. Und ja, keine Ahnung, also das ist schon echt, ich mache da jetzt Witze drüber, aber es ist natürlich ganz, ganz problematisch in einer Beziehung. Und da kommt halt auch der Altersunterschied wieder zum Tragen, ne? Die ist halt Anfang 20 und natürlich will man mit Anfang 20 rausfeiern, irgendwie sein Geld für Quatsch wie Markenklamotten ausgeben. Das ist ja ganz normal. Sie macht ja nichts, was irgendwie völlig über die Stränge schlägt oder so. Sie will einfach nur jung und 20 sein. Ja, und sie verdient ja selber auch Geld. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viel Geld sie ausgibt, wie viel sie verdient. Aber was er da tut, ist auf jeden Fall sehr, sehr übergriffig. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Auf jeden Fall lernt Lou jetzt genau in dieser Zeit, wo es mit Wolfgang eh schon alles ein bisschen schwieriger ist, in dem Hotel, in dem sie arbeitet, einen anderen Mann kennen. Sie hatte dann wohl so, ja, mehrere Männerbekanntschaften. Das war aber auch alles nicht von Dauer und auch wohl nichts Ernstes. Außer bei einem, der sie am Ende dann auch als vermisst gemeldet hat. Und obwohl jetzt alles danach aussah, dass die Ehe am Ende ist, so ganz hatte Wolfgang die Hoffnung wohl doch immer noch nicht aufgegeben. Er ist damals dann nämlich sogar noch mal alleine nach Brasilien geflogen, um sich mit seiner Schwiegermutter zu treffen, also mit Lus Mutter, die er dann gebeten hat, noch mal mit ihrer Tochter zu reden. Und als er wieder zurück in Münster war, hat er sich auch mehrfach mit Lou getroffen. Und er meinte auch, dass sie plötzlich wieder viel netter zu ihm war. Ja, netter war sie vielleicht, aber sie war trotzdem nicht ehrlich zu ihm. Sie hat ihm damals erzählt, dass sie bei einer Freundin wohnt, was aber nicht stimmte. Sie hat nämlich wieder bei dem Mann gewohnt, den sie damals im Hotel kennengelernt hat. Was Wolfgang dann auch rausgekriegt hat, ist wahrscheinlich ja auch alles nicht so schwer. Und ja, er hat sie dann tatsächlich vor die Wahl gestellt, entweder er oder ich. Ja, und um sie wieder auf seine Seite zu ziehen, war er sogar bereit, sein Büro und auch sein Schiff zu verkaufen, um mit ihr zusammen nach Brasilien zurückzugehen und da dann ein kleines Hotel aufzumachen. Aber sie war sich nicht so sicher, ob sie das wirklich wollte. Zwei Monate vor ihrem Tod sind die beiden dann noch mal gemeinsam zur brasilianischen Botschaft nach Berlin gefahren. Der Pass von Lou, der musste verlängert werden und Wolfgang wollte seine Aufenthaltsgenehmigung für Brasilien haben, für die Auswanderungspläne, die zumindest er ja hatte. Und Lou ist dann auch tatsächlich noch mal wieder bei ihm eingezogen, aber nicht aus Liebe, kann man sich ja auch vorstellen mittlerweile. Ihrem Freund, bei dem sie ja vorgewohnt hat, dem hat sie damals gesagt, ich brauche einfach diese finanzielle Sicherheit. Später, da hat sie ihm auch noch gesagt, ich bleibe nur so lange bei ihm, bis ich seine Unterschrift habe für die Passverlängerung, dann komme ich zu dir zurück. Das Ganze bei Wolfgang, das ist für mich nur, so hat sie sich damals ausgedrückt, eine Notunterkunft. Also es ist einfach so, dass von ihrer Seite diese Beziehung vorbei ist. Aber Wolfgang hat trotzdem noch nicht aufgegeben. Hat er nicht, er hat sogar den Ehevertrag geändert, sodass Lou zumindest einen Anspruch auf einen Teil seines Besitzes und seines Vermögens hat, wenn die beiden geschieden werden. Und er wollte sogar noch einen ganz riesengroßen Schritt weitergehen. Er wollte nämlich seinen eigenen Sohn komplett enterben, sodass nach seinem Tod alles Lou gehört. Das hat die Notarin, bei der er damals war, aber offenbar nicht mitgemacht. Ja, wird mir immer sympathischer, der Mann. Naja, also die beiden, Lou und Wolfgang, sind auf jeden Fall dann zur Eheberatung gegangen. Da ging es auch um die Auswanderungspläne, dass er halt gerne mit ihr nach Brasilien wollte, sie aber in Deutschland bleiben wollte. Aber es ging eben auch darum, dass sie unabhängiger sein wollte, er aber mehr Zeit mit ihr verbringen wollte. Es ist dann sogar noch ein zweiter Beratungstermin vereinbart worden, am 5. November 2007. Zudem ist Wolfgang dann aber alleine gegangen. Lou war da nämlich schon 10 Tage lang tot. Lasst uns mal zu dem Takt gehen, dem Tattakt. Das Ganze hat an einem Freitag begonnen. Das war der 26. Oktober 2007. Wolfgang hatte sich abends mit einem Freund in einer Kneipe in Münster verabredet. Er hat auch Lou gefragt, ob sie mitkommen möchte, aber sie wollte nicht, was für ihn okay war. Er hat allerdings gedacht, dass sie zu Hause bleibt. Das hat sie aber nicht gemacht. Sie ist so gegen 21 Uhr weggegangen, hat ihn auch angerufen und ihm Bescheid gesagt, hey, ich gehe noch aus. Es kann sein, dass sie dabei selbst gesagt hat, dass sie um 1 Uhr zurück ist. Es kann aber auch sein, dass er ihr die Zeit mal wieder vorgegeben hat. Das hat er ja früher schon mal gemacht. Er selbst ist dann auf jeden Fall so gegen halb eins, eins zu Hause gewesen und hat als erstes nachgeguckt, ob Lou auch schon da ist. War sie aber nicht. Er ist dann aber auch nicht schlafen gegangen, sondern er hat gewartet. Er hat auch immer wieder aus dem Schlafzimmerfenster geguckt, weil man von da aus wohl die Straße sehen konnte. Auch da wieder, wie früher, wenn die Kinder noch nicht zu Hause sind, sitzen Mama und Papa auf der Couch und warten. Es hat dann aber wirklich noch eine ganze Zeit gedauert. Lou kam um Viertel vor drei mit einem Taxi an und dann ging auch der Streit sofort wieder los. Lou hat ihm dann auch gesagt, dass sie bei ihrem Freund war, der sowieso viel netter und romantischer wäre. Der würde ihr sogar den Kaffee bis unter die Dusche bringen und ja, damit ging es dann so richtig los mit der Streiterei. Genau, das war dann wohl endgültig zu viel für ihn. Die beiden, die haben angefangen, sich zu schubsen. Wolfgang hat nach dem Hals von Lou gegriffen. Die beiden sind gestürzt und als Lou dann vor ihm auf dem Boden lag, da hat er ihr nochmal die Hände um den Hals gelegt und zugedrückt. Er hat zwischendurch nochmal kurz aufgehört, aber als er gemerkt hat, dass Lou noch lebt, da hat er sofort wieder zugedrückt, mindestens fünf Minuten lang, so dass ihm am nächsten Tag sogar noch die Hände wehtaten. Einem Polizisten hat er dazu später gesagt, ich wollte sie in diesem Moment wirklich töten. Und genau so stand das damals auch in dem Vernehmungsprotokoll. Allerdings erst ohne das Wort wirklich. Da stand erst nur, ich wollte sie töten. Das Wort wirklich, das hat er damals selbst handschriftlich eingefügt, als er sich das Protokoll nochmal durchgelesen hat. Okay, wieso? Das klingt irgendwie so, wieso liest er das und denkt sich so, da fehlt jetzt das wirklich. Ich wollte sie nicht nur töten, sondern ich wollte sie wirklich töten. Das ist irgendwie ein seltsames Detail. Ja, kann natürlich sein. Also ein Protokoll nach einer Vernehmung wird einem ja immer vorgelegt, dass man sich das nochmal durchliest, bevor man es unterschreibt. Und ich glaube, er wollte einfach in dem Moment nochmal so richtig deutlich machen, dass er in diesem Moment, nicht vorher und vielleicht auch nicht später, dass er in diesem Moment, dass er sie da töten wollte. Das ist wirklich krass, dass er sich gedacht hat, so an der Stelle, die ja wahrscheinlich so mit die entscheidendste in diesem Protokoll ist, dass, also da muss jetzt nochmal eine Verschärfung rein. War falsch. Vorher war es ein Fehler. Und dann mit dem einen Wort war es dann richtig. In der Nacht, in der Wolfgang Lu getötet hat, ist er aber wirklich fast schon, ja, akribisch vorgegangen, kann man sagen. Als Lu nämlich tot war, da hat Wolfgang Mülltüten geholt und sie über den Kopf und auch über die Beine gezogen, weil er wohl den Anblick nicht mehr ertragen konnte. Aber, was man auch sagen muss, er hat nicht die Polizei gerufen. Ja, er hat sich nämlich, und das ist völlig absurd, erstmal ins Bett gelegt, obwohl er natürlich kaum schlafen konnte. Er hat gerade einen Menschen umgebracht und am nächsten Morgen, da hat er sich dann erstmal überlegt, was er nämlich mit der Leiche machen soll. Ihm ist aber nichts eingefallen. Und ich finde das immer in unseren Fällen ganz gruselig, wenn Leute in der Wohnung dann schlafen oder noch so weiter vor sich hin leben, wo die Leiche liegt. Also, wie er dann sich einfach ins Bett gelegt hat und ja erstmal versucht hat zu schlafen, ist absolut gruselige Vorstellung. Ja, und vor allen Dingen, man kommt ja aus der Situation eigentlich nicht mehr raus. So war es ja bei ihm auch. Er ist dann am nächsten Morgen mit dem Auto kreuz und quer durch die Gegend gefahren, weil er einfach nicht wusste, was er machen sollte. Bis ihm dann aber die Idee gekommen ist, die Leiche von Lou in einen Teppich zu wickeln und im Kanal zu versenken. Deshalb ist er damals dann auch sofort zu einem Baumarkt gefahren, hat da ein Stück dünnen braunen Teppichboden gekauft, so zweimal drei Meter groß. Darin hat er Lou dann eingewickelt, als er wieder zu Hause war. Oben und unten hat er den Teppich einfach umgeschlagen und mit Klebeband festgeklebt. Ja, sein Problem war jetzt nur, Lou war zu schwer für ihn. Er wohnte im zweiten Stock und wusste halt nicht, wie er sie bis zu seinem Auto bringen konnte. Und er hat ja in der Innenstadt von Münster gewohnt und konnte wohl auch jetzt nicht direkt vor der Tür parken. Aber schon die Treppen waren echt ein Riesenproblem. Dann ist ihm aber eingefallen, dass er im Keller ja eine Sackkarre hat. Die hat er dann raufgeholt, darauf den Teppich mit der Leiche befestigt, auch mit Klebeband, Kopf nach unten und die Beine in die Luft. Es gab auch noch was anderes, an das er denken musste, nämlich die Größe seines Autos. Das war seiner Meinung nach viel zu klein. Das war ein BMW. Er ist deshalb vorher noch mal aus dem Haus gegangen, weil er nämlich einen Anhänger holen wollte, der ihm auch gehörte, der aber woanders abgestellt war, weil er meinte, das müsste dann gehen, die Leiche in den Anhänger zu legen. Damit müsste ich sie abtransportieren können. Ja, und dann, nachdem er das alles geplant hatte, hat er sein Auto mit dem Anhänger so nah wie möglich an seiner Wohnung geparkt. Und dann ist er mit der Sackkarre und Lu da drauf, Stufe für Stufe nach unten gegangen, dann quer durch die Innenstadt bis zu seinem Auto. Er hat den Teppich dann in seinen Hänger gelegt, mit der Sackkarre zusammen und ist dann zum Mittellandkanal in Ebenbüren gefahren. Das ist von Münster so ungefähr 60 Kilometer weit weg. Da ist er dann an einer Brücke geparkt. Er hat die Sackkarre mit der Leiche über die Leitplanke geschoben und ist dann mit runter bis zum Kanal. Ja, und dann hat er sie da einfach versenkt. Damit die Leiche auch untergeht, hat er Lu aber noch Ketten um die Fußgelenke gewickelt, die so ein bisschen mehr als 10 Kilo gewogen haben. Er hat dann gewartet, bis die Leiche untergegangen ist. Und ja, dann ist er einfach wieder zu Hause nach Münster in seine Wohnung in der Innenstadt gefahren. Das mit dem Kanal, das fand er aber dann wohl eine ganz gute Idee. Er ist noch mehrfach zum Kanal gefahren in den Tagen danach. Allerdings nicht zu der Stelle, wo er die Leiche von Lu versenkt hatte, sondern zu anderen Stellen. Einmal auch direkt zum Stadthafen in Münster. Da hat er dann noch andere Dinge versenkt. Den Schmuck von ihr, ihre Handys, ihre Kamera und am Ende dann auch noch die Sackkare, die er ja benutzt hatte für den Transport durch die Innenstadt. Das ist so dreist, ne? Also, dass der einfach wirklich mit dieser Sackkare, mit dem Teppich drauf, wo die Leiche drin ist, durch die Fußgängerzone läuft. Ich meine, da sind ja so viele Menschen und die gucken dann vielleicht doof, aber wir haben es am Anfang schon erzählt. Keiner wird das ja vermuten, obwohl, ganz ehrlich, wir haben einen True Crime Podcast. Wenn jemand mit einer Sackkare, wo eine große Teppichrolle drauf ist, durch die Innenstadt laufen würde, ey, ich würde direkt denken, da ist eine Leiche drin. Jeder Teppichhändler wird von Alicia direkt verdächtigt. Aber der läuft doch nicht mit einer Sackkare durch die Fußgängerzone. Also, ein Teppichhändler oder ein Monteur, der hat zweimal drei Meter Teppich auf der Schulter und nicht auf der Sackkare. Ja, das ist, also ne, das ist so verrückt und merkwürdig. Und natürlich ist dann auch aufgefallen, dass Lu plötzlich nicht mehr da war. Ihr Freund, der hat sie dann ja auch als vermisst gemeldet. Wir haben das ja vorhin schon mal gesagt. Das war drei Tage, nachdem sie sich nicht mehr gemeldet hat und er sie einfach nicht mehr erreichen konnte auf dem Handy. Wolfgang ist damals natürlich dann auch gefragt worden, ey, sag mal, wo ist denn Lu? Aber er hat immer gesagt, ja, hab ich ja keine Ahnung. Die Polizei, die hat den Fall damals dann auch erst mal, ja, kann man sich auch vorstellen, erst mal als normalen Vermisstenfall eingestuft. Aber die Beamten, die haben schon ein bisschen rumgefragt. Die haben das jetzt nicht so, ein Vermisstenfall unter Hunderten, sondern die haben schon ein bisschen im Umfeld rumgefragt, weil ihnen das wahrscheinlich auch komisch vorgekommen ist, dass Lu von jetzt auf gleich einfach weg war. Deshalb haben sie Wolfgang dann irgendwann auch ganz offiziell vernommen, erst als Zeugen und dann als Beschuldigten. Dieser Unterschied zwischen Zeuge und Beschuldigter, der ist nicht ganz unwichtig. Wenn man als Zeuge zur Vernehmung geladen wird, heißt das, man steht nicht unter Verdacht. Es gibt ja nicht mal einen Anfangsverdacht. Die Ermittler vermuten nur, dass man vielleicht irgendwas dazu beitragen kann, eine Straftat aufzuklären, zum Beispiel, wenn man was beobachtet hat. Das kann sich aber ändern. Das kann auch während einer laufenden Zeugenvernehmung passieren, dass man sich irgendwie plötzlich verdächtigt macht und die Ermittler dann verpflichtet sind zu sagen, Achtung, Stopp, ab jetzt sind sie kein Zeuge mehr. Ab jetzt sind sie beschuldigt da. Aber in diesem Moment ist man dann auch nicht mehr verpflichtet, überhaupt noch irgendwas zu sagen. Man kann seine Aussage sofort beenden und sagen, ab jetzt sage ich nichts mehr, ich mache Gebrauch von meinem Schweigerecht. Dieses Recht steht einem später vor Gericht dann ja auch zu. Auch da kann man zu den Vorwürfen schweigen. In der Anklage steht übrigens auch immer noch das Wort Angeschuldigter, was ja so viel heißt wie Beschuldigter. Aber das kriegen die Zuhörer im Gerichtssaal gar nicht mit. Wenn die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte die Anklage vorlesen, dann machen sie aus dem Wort Angeschuldigter beim Lesen nämlich immer automatisch Angeklagter. Ja, und in unserem Fall war es genau so, also dass Wolfgang erst als Zeuge vernommen worden ist von der Polizei und dann zum Beschuldigten geworden ist. Also er hätte auch mitten in der Vernehmung sagen können, jo, stopp, ich sage nichts mehr, ich nutze jetzt hier mein Schweigerecht. Aber er hat nicht geschwiegen. Nein, er hat nicht geschwiegen. Das war der 7. November 2007, als Wolfgang bei der Polizei gewesen ist. Das war so knapp zwei Wochen nach Luhs Tod. Und da haben die Beamten ihm während der Vernehmung zwei Sachen gesagt, die sie bis dahin herausgefunden hatten und die ihnen irgendwie verdächtig vorgekommen sind. Erstens nämlich, dass die Nachbarn in der Nacht, als Luh verschwunden ist, im Haus ein lautes Poltern gehört haben. Und dann haben sie ihm auch noch gesagt, Wir haben den Taxifahrer ausfindig gemacht, der Luh um kurz vor drei an deiner Wohnung abgesetzt hat. Die Abfolge war also so, der Taxifahrer setzt Luh ab, dann polsert es im Haus und dann ist Luh verschwunden. Das ist jetzt natürlich schon ziemlich verdächtig und das war dann auch der Moment, in dem Wolfgang eingeknickt ist und alles zugegeben hat. Er hat die Polizei dann auch zu der Stelle am Mittlandkanal geführt, wo er die Leiche von Luh in Anführungsstrichen versenkt hat. Die war mittlerweile nämlich schon wieder aufgetaucht und ist mitten auf dem Kanal getrieben. Im Juni 2008 hat am Landgericht Münster dann der Prozess gegen Wolfgang gestartet. Im Juni 2008 ist am Landgericht Münster dann der Prozess gegen Wolfgang gestartet. Da war wahrscheinlich schon einiges los, weil gerade nach dieser Geschichte mit der Sackkarre und so weiter. Absolut. Also die Geschichte ist ja, also das ging ja damals ganz, ganz groß durch die Medien. Der Zuschauerraum im Landgericht Münster, der war wirklich bis auf den letzten Platz besetzt und zwar nicht nur beim Prozessauftakt, aber ich muss dazu sagen, das ist in Münster echt oft der Fall, dass viele Zuschauer kommen, wenn es um Mord oder Totschlag geht. Das kenne ich aus den anderen Landgerichten, an denen ich noch bin, eigentlich nicht so hier bei uns in der Gegend. Es gibt ja hier viele Landgerichte. Kommt natürlich auch mal vor, dass der Zuschauerraum voll ist, aber lange nicht so wie in Münster. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Die ganzen Jurastudenten, wie sitzen da alle? Nee, ich glaube, das sind ganz viele Nachbarn einfach immer. Ja, weil da natürlich auch viele kleinere Städte sind, wo die Fälle dann verhandelt werden. Das ist auch für uns Gerichtsreporter gar nicht so einfach. Wir müssen immer extra früh kommen, weil die haben da ganz strenge Einlasskontrollen, keine Extragänge für Journalisten. Da muss man sich wirklich anstellen und ganz oft geht es auch mit Platzkarten. Ja, hier in Dortmund denken die sich bestimmt auch so, boah, für jeden Prozess da, der um Mord und Totschlag, bist du ja jeden Tag im Gericht. Okay, das ist ein bisschen zynisch. Ich weiß nicht, ob in Dortmund mehr oder weniger ist als in Münster. Es ist einfach, also in dem Fall war es einfach, dieser Fall war so extrem, ja spektakulär darf man vielleicht gar nicht sagen, aber außergewöhnlich, das war einfach Gesprächsstoff in der Stadt. Wolfgang ist dann tatsächlich in diesem Prozess zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, wegen Totschlags. Wir haben es am Anfang schon gesagt. Was hatte denn jetzt eigentlich im Prozess selbst zur Tat gesagt? Weil seine Zeugenaussage bei der Polizei, da haben wir schon drüber gesprochen, die war ja sehr eindeutig. Ja, das war jetzt nicht anders im Prozess. Er hat eigentlich genau das erzählt, was wir gerade auch schon erzählt haben, das alles mit Schubsereien begonnen hat, dass er dann immer leiser geworden ist, sie immer lauter. Ja, und dass er sie dann am Hals gepackt hat, wahrscheinlich geschüttelt hat, dann gewürgt hat. Also beide sind umgefallen, hat er noch gesagt, auf einen Stuhl. Er hat das alles zugegeben, dass er sie gewürgt hat. Er hat im Prozess aber in einem Punkt was anderes gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich wollte sie nicht umbringen. Ich habe erst am nächsten Morgen überhaupt realisiert, was da passiert ist. Er hat dazu gesagt, als ich sie am Morgen da gesehen habe, wie sie da gelegen hat und ich sie berührt habe, da wusste ich erst, was passiert ist. Das haben die Richter ihm aber nicht geglaubt. Die haben ihm das nicht geglaubt, weil es ja eben diese Aussage bei der Polizei gab. Und wo er ja gesagt hat, ich wollte sie in dem Moment töten, beziehungsweise, wir haben da vorhin drüber gesprochen, ich wollte sie wirklich töten. Und davon sind die Richter dann auch ausgegangen. Es ist ja auch so, dass er einfach wirklich komplett eiskalt war, dass er da, das habe ich ja gerade schon gesagt, da mit der Sackkarre durch die Einkaufsstraße in der Innenstadt von Münster gelaufen ist. Also erstmal muss man sich das trauen. Und dann kommt ja noch dazu, dass er ja nicht nur die ganzen Leute da beim Shoppen trifft, sondern der hat da ja gewohnt. Das heißt, es hätte ja jederzeit sein können, dass er irgendwie die nette Nachbarin von nebenan trifft und die dann fragt, ach sag mal hier, was hast du denn da auf deiner Sackkarre? Und dann musst du ja erstmal die Nerven behalten und dir vielleicht eine Ausrede überlegen. Vor allem, wenn dann gefragt wird, wo ist eigentlich deine Frau hin und die Nachbarin sich dann an die Sackkarre erinnert. Also es war schon sehr, sehr risikoreich. Ja, und ja, wie gesagt, eiskalt. Ja, oder er hat einfach nur Panik gehabt, weil er war ja jetzt in der Situation, die Leiche ist in meiner Wohnung, im zweiten Stock, also ungünstig gelegen. Ich kann die nicht alleine tragen. Ich muss die jetzt ja irgendwie verschwinden lassen. Genau, ich habe nach dem Wort gesucht, verschwinden lassen. Aber es muss ihm natürlich eigentlich, er war ja jetzt ein schlauer Mann, es muss ihm eigentlich sofort klar gewesen sein, dass das alles keinen Sinn macht, dass man sowieso irgendwann auf ihn kommt. Die Polizei, die hätte ja nur mal mit, ja, zum Beispiel mit Leichenspürhunden in seine Wohnung gehen müssen. Lou hat da ja über zwölf Stunden gelegen. Die Hunde, die hätten auf jeden Fall angeschlagen. Alle wussten, dass es ständig Streit gab. Alle wussten, dass es diese Scheidungsanträge gab. Es gab sogar schon einen Vorfall mit körperlicher Gewalt. Also dieses Verschwinden lassen der Leiche, das war von vorne bis hinten nicht durchüberlegt. Ja, oder vielleicht war es auch so, dass er es irgendwie alles nicht so richtig wahrhaben wollte und sie deswegen so einfach so ein bisschen naiv weggeschafft hat, die Leiche. Weil eigentlich hat er bis dahin ja ein einigermaßen ehrliches und auch unauffälliges Leben geführt. Also er war uns jetzt natürlich nicht wirklich sympathisch, aber er war ja nicht vorbestraft. Er hat auch kein irgendwie besonders wildes Leben geführt. Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach irgendwie das so aus dem Augen, aus dem Sinn, das ist gar nicht passiert. Ich bin doch keiner, der sowas macht, mäßig. Vielleicht ist es ja auch so gewesen, weil du hast schon recht. Ihm musste eigentlich klar sein, dass das früher oder später aufliegt. Das kann gut sein, dass er so gedacht hat. Ich kann das nicht gewesen sein. Ich war das nicht. Und deshalb muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Was ich mich vorhin gefragt habe, es war ja so, dass in dieser Tatnacht er ja mit einem Kumpel in der Kneipe war und sie ja auch irgendwie vom Feiern oder zumindest nachts unterwegs sein zurückkam. Hat er vielleicht auch Alkohol irgendwie reingespielt in diesen Streit und vielleicht sogar auch in die Tat? Ist im Prozess natürlich drüber gesprochen worden. Alkohol war im Spiel, aber klar, er hat ein paar Bier getrunken mit seinen Freunden. Es ist ein bisschen unklar, ob er nachher zu Hause auch noch was getrunken hat. Er hat da was zu angegeben. Auch eine Menge. Der Gutachter hat gesagt, er ist viel zu viel. Dann hätte er also gar nichts mehr machen können, weil er auch nicht trinkgewohnt war. Er war kein Trinker. Sie hat natürlich auch ein bisschen was getrunken. Die Richter sind nachher zu seinem Gunsten davon ausgegangen, dass, ja, vor Gericht heißt das dann immer eine alkoholbedingte Enthemmung, dass es die wohl gegeben hat. Aber das reicht nicht oder hat nicht gereicht für zum Beispiel eine verminderte Schuldfähigkeit. Wolfgang, der ist ja inzwischen schon lange wieder raus aus dem Gefängnis. Wenn man bei zehn Jahren Haft davon ausgeht, dass er wegen guter Führung nach zwei, drei entlassen worden ist, das wäre nach etwas mehr als sechseinhalb Jahren gewesen, dann müsste er jetzt seit 2014 wieder frei sein. Da wäre er dann 67 Jahre alt gewesen. Und ja, das ist das, was einen so ein bisschen unbefriedigend zurücklässt. In dem Fall so sechseinhalb Jahre Haft ist gar nicht so viel, wenn man überlegt, dass da für eine junge Frau gestorben ist. Ja, auch da wieder verurteilt wegen Totschlag. Wir wissen natürlich als True-Crime-Fans und Expertinnen und Experten, warum die Richter das so geurteilt haben. Aber es ist natürlich was anderes als ein Mord und lebenslang. Also der hat jetzt vielleicht noch zumindest einige gute Jahre vor sich und kann vielleicht sich sogar noch mal eine neue Partnerin suchen oder irgendwie, weiß ich nicht, in Rente gehen, sonst wie was machen, während Lou tot ist. Ja, ist traurig, kann man auch nichts ändern, ist halt so und das Rechtssystem ist so. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, er muss auch mit dieser Schuld leben. Er muss damit leben, dass er eine junge Frau seine Frau umgebracht hat. Die war nur 26 Jahre alt. Das muss man auch, man kann es ja gar nicht aus seinem Kopf rauskriegen. Das trägt man ja dann auch, ob man im Gefängnis ist oder nicht. Das verfolgt einen. Also denke ich mal auf jeden Fall. Hat er denn auf dich vor Gericht so einen Eindruck gemacht, als würde er das bereuen? Also wirkte der irgendwie mitgenommen oder wie war das? Ich glaube schon, dass er das bereut hat. Das geht so ein bisschen auch in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, Nora. Ich glaube, dass er sich das einfach nicht, niemals zugetraut hätte, dass er zu sowas fähig ist. Dass sich das einfach aufgeschaukelt hat. Aber ja, das ändert ja nichts an dieser Tatsache. Ich glaube, dass er bereut hat. Ich glaube, dass er das sein Leben lang bereuen wird. Ich hoffe das, weil mir tut es für diese junge Frau die hier nach Deutschland gekommen ist, die hier irgendwie Spaß haben wollte, gefeiert hat, auch gearbeitet hat, Sprachkurse gemacht hat. Mir tut das einfach so unfassbar leid, so weit, weit weg von zu Hause zu sein und dann an so einen Mann zu geraten. Ja, vor allem, das war ja nicht so, dass die irgendwie die glücklichste Beziehung aller Zeiten geführt haben und dann in einem Streit eskaliert es plötzlich so völlig aus dem Affekt, sondern er hat sie ja vorher richtig, man muss ja eigentlich so sagen, terrorisiert. Also sie durfte nicht rausgehen, wann sie wollte. Sie durfte nicht anziehen, was sie wollte. Er hat einfach freizügige Bilder von ihr hochgeladen und sie da in diese Modelsache reingedrückt, wo man auch, also so als wir drüber gesprochen haben, dachte ich auch so, hat die das wirklich so freiwillig gemacht, wie sich das vielleicht Wolfgang vorgestellt hat? Also er war ja wirklich schon ein wirklich ekeliger Typ und auch ein ekeliger Ehemann. So würde, also so behandelt man einfach einen anderen Menschen nicht, vor allem, wenn man vorgibt, ihn zu lieben, dass sie da irgendwie halt nicht, dass sie den Absprung nicht geschafft hat. Also das ist halt so, das ist so tragisch, dass es nicht geklappt hat, dass sie irgendwie dann weggekommen ist, sondern sie dann ja, nur weil sie Angst hatte, dass ihr Pass nicht verlängert wird, dass sie deswegen noch bei ihm geblieben ist und ja auch gesagt hat, das ist für mich nur so eine Notunterkunft und es geht hier um Sicherheit und nur deswegen war sie ja dann wieder in dieser Wohnung in Münster. Sonst wäre sie ja vielleicht gar nicht mehr zu ihm gegangen. Also das ist schon irgendwie... Ja, aber man darf natürlich einen Punkt nicht vergessen. Klar, sie ist das Opfer, aber wir haben ihre Seite natürlich auch nicht gehört. Wir denken uns das so. Die Richter und auch, es gab auch andere Zeugen vor Gericht, die auch schon gesagt haben, dass sie ihn provoziert hat. Also es war jetzt nicht so eine eindeutige, einseitige Sache. Er hat sie unterdrückt, gemaßregelt, hat ihr Vorschriften gemacht. Sie hat ihn auch nach Ansicht der Richter provoziert, immer wieder provoziert und dann hat sich das vielleicht auch so hochgeschaukelt. Also das darf man auch nicht vergessen, wenn man da neutral drüber berichten möchte. Ja, wir haben auch gesagt, sie hätte mehrere Affären, das wird jetzt auch nicht so zum... Also es wäre ja, hätte auch von ihr respektvoll sein können, wenn sie gesagt hätte, hör mal du, das ist nichts mehr, ich trenne mich hier sauberer Strich und nicht irgendwie die Affäre mit dem Kollegen aus dem Hotel anfangen. Ja, die Lösung wäre ganz einfach, aber es sagt sich immer so leicht. Ja, das sagt sich so leicht. Und die Geschichte wird ja eher vom Nachhinein erzählt. Ja, die Beziehung war einfach durch und durch toxisch. Also die hat keinem von beiden gut getan. Nur, dass Wolfgang, wie wir schon gesagt haben, am Ende jetzt noch eine Chance hat und Lou eben leider nicht. Und er eindeutig der Täter ist. Ja. Danke, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Mal wieder einen relativ alten Fall. Und auch mal aus Münster, da haben wir ja auch die ein oder anderen Hörer. Vielen Dank, Jörn. Und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Wha- Wo- Gn-T-G-T-G-T-G-T-G-T-B-A-T-G-T-C-H-T Untertitelung des ZDF, 2020